Endlich können Sie Ihr Auto einfach, schnell und effektiv polieren. Mit der neuen Politur im Tuch in Profi-Qualität. Das Komplett-Set besteht aus zwei Glanzpflegetüchern in einem Beutel und einem Mikrofaser-Politis. Und so wird Ihr Lack in nur 15 Minuten perfekt poliert und versiegelt. Zunächst das Fahrzeug waschen, alte Waschrückstände entfernen und trocknen lassen. Nun die Lackfläche mit dem getränkten Glanzpflegetuch einreiben und ca. 30 Sekunden trocknen lassen, bis sich ein weißer Film gebildet hat. Anschließend die behandelte und getrocknete Fläche mit dem beiliegenden hochwertigen Mikrofaser-Vlies ohne Druck auspolieren. Das Ergebnis ist eine traumhaft glänzende und versiegelte Lackoberfläche. Sehen Sie hier den Vergleich. Links ohne Behandlung und rechts mit Pflege und Schutz durch einen Hightech-Schutzfilm. Ihr Fahrzeug ist nun mit einer extrem langanhaltenden Konservierung durch edlen Kanauberwachs für die nächsten 6 bis 8 Monate ausgestattet. Politur im Tuch. Die Anwendungszeit beträgt 15 Minuten. 1, 2, 3, fertig. Das getränkte Spezialtuch. Einfach, schnell und effektiv. Jetzt mitnehmen.